weiter geht es mit einer schleimigen folge high on life und der geht mir immer noch auf die nerven alter kann man den ich mal irgendwie so jetzt müssen wir gucken wir lang müssen und dort sind wir ja gekommen alter der nerven ich habe mir richtig kopfschmerzen ich habe gerade ist wieder angefangen weil es ein tag hause zwischen der aufnahme und absolut auf die nerven ich glaube ich glaube ich gar nicht drauf gehabt dass wir irgendwo praktisten sind oder so denke da ist nämlich irgendwas warte mal wir gucken jetzt noch einmal ganz kurz auf der irgendwo eine kiste roni ist bestimmt hier ohne alter was ich ach ich kann echt was kaufen munition ist das ein upgrade kann ich mal wie oft kann ich mit den schießen ist das jetzt ein upgrade wenn ich mir das gönne oder kannst du viel mehr das ist eigentlich gut was das hier eine koffer sterben und okay also das ist also ein wiederbelebungs ding bis hier was wir holen uns das wenn das ich so ein upgrade ist so ein munitions ja das nehmen wir doch mit obwohl wir haben 1100 wisst ihr was das können wir uns auch einfach mal wir können uns das hat ja noch irgendwas im shop das können wir nichts kaufen die nerven und das auch mit kiste gut dass wir noch mal lang sind und dann mal ein paar münzen abgestaubt und upgrade kurs der geht mir aber so auf die nerven das ist gerne so ein wesen das würde ich echt dreck der nicht verdient hat zu sterben wer dann genau vom gesicht der ist mir so auf den nerven gegangen und niemand lang gelaufen munition sie mir 8 und 17 ok das habe ich ganz drauf geachtet wie viel vorher hatten das ist der ist der ist der ist okay was haben wir denn hier haben wir das vorher genutzt gehabt ich habe vergessen wie noch mal das mit diesen fliegen geht das war schon meine mit diesen wie war das noch mal was nicht auf der taste gewesen ich hab das vergessen jetzt weiß ich es wieder ich nur mit der taste verdacht ist hier noch jemand die dinge wo ist hier noch gegner doch schritte das ding ist diese viecher die gm die mutter so ein schutzschild so ein panzer rüstung war das was okay ich glaube wir sollten hier einfach durchlaufen oder ein bisschen energie ist noch mehr okay wir haben ruhe ich würde sagen wir sammeln noch ein bisschen knüppelchen die sind eigentlich ganz nice und jetzt bei den vielen das war gerade ein bisschen crazy baby können wir da wo auch mit dem messer ich dachte es wäre so eine messerspur gut so heftig ist es auch nicht aber sieht nett aus ich weiß was du meinst ob es hier noch irgendwas nettes gibt diese musik immer so eine richtige rick und martin musiker okay gehen wir einfach rein oder wie machen wir das okay und wer ist das okay ich habe zwar noch nichts gesagt aber was alter was macht dem mit den affen hier du verdammter zu okay 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 Okay, bro. Uh, watch out when they see. Mhm. Danke, bro. Was hat dich alles? Aber was machst du mit den Affen hier? Wie viel Geld hat dieser Typ? Alter! 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 Okay, ich geh mal hier schnell raus. Ich glaub, der hört gar nicht mehr auf zu ladern. Okay, wir haben ein Warp-Device. Ähm, das wird hilfreich sein. Warum benutzen wir ihn, um diesen River zu crossen, damit wir mit den Mopleten reden können und mit ihnen zu checken. Alter, das ist einfach ein wahrer Psycho. Ja, aber du machst ja auch gar nichts, Lizzy. Du willst ja nur Fernsehen schauen. Den perversen Oberalien. Da oben ist ne Kiste. Können wir hier... Hier können wir nichts machen, ne? Irgendwas kann man dort auch machen. Das leuchtet so schön rot. Okay, Portal. Dann können wir wahrscheinlich zurück. Das sieht wie das Portal aus, das wir zu Hause haben, ne? Und das ist ja einer. Diese kleinen, die vor unserem Haus sind. Ah, warte mal. Einen Moment. Wir können doch... Von da oben... runter. Und uns diese Leckrück ist es nennen. Eieiei. Pessers. Ach, da oben sitzen auch zwei. Hab ich jetzt das gesehen. Und hier sitzt auch ein Typ. So, also müssen wir uns jetzt roben. Ach, nein. Den hab ich schon voll vergessen. Okay. Wurpscheibe. Wähl eine Wurpscheibe. Schnellstrans. Wurpscheibe. Ja. Dann haben wir ja noch die, ne? Okay. Alter, was? Ich hab mir jetzt einfach eine Straße mitgenommen. Und irgendwie... Was? Äh, ich weiß nicht, Jungs. Das... Ich bin auch hierher gebührt worden. Ich auch. Ich auch. Was ist das? Was ist das? Da ist doch irgendwas. Hä? Habe ich den nicht gesammelt gehabt? Habe ich doch gesammelt gehabt? Warum ist er weg? Oder sieht's nur ähnlich aus? Äh, okay. Wie komm ich jetzt rüber? So, dann gehen wir jetzt zum Papstbärchen. Gute alte Papstbär. Der katholische Papstbär. So, müssen noch zu dir, ne, Bro? Wie war der Mann in der Mansion? Ranchi? Ja, dieser Mann hat riesige Probleme. Aber er hat uns dieses Warp-Device gegeben. Von den Gästen? Du hast es geschafft! Du hast das Warp-Device. Das könnte tatsächlich funktionieren. Du kannst uns mit Hoffnung geben. Grand Savior, mit diesem Warp-Device kann man Warp-Device direkt zu dir. Wie fortuitous. Aber, du hast ihn gebraucht und ein Warp-Device und ein Warp-Device zu encode sie auf. Oh, well. Wieso haben wir das? Das ist in den Mines. Wir können einfach da unten gehen. Oh, genau. Geh dieses Access-Code und gehst nach den Mines. Alles du brauchst ist da. Okay, perfekt. Danke. Du hast das ganze Plan für uns. Das wirklich bedeutet viel. Du weißt? Du weißt? Du weißt? Du weißt? Du weißt? Okay, dann. Ab in die Mines mit uns. Weil das so ein bisschen Pupu-Snacks haben werden. Okay. Okay. Ah, nee, Bro. Okay. Das sind also... Dann die Mines. Ich bin nicht einfach irgendwie drüber. Naja. Was haben wir denn hier? Oh, ganz viel von diesen Pichern. Und dann ist es eine Kiste. Und dann ist es eine Kiste. Und dann ist es eine Kiste. Aber sonst gibt es nicht zu sammeln. Nur Kisten, ne? wählen okay ich wähle niemanden einzig was ich wähle sind meine waffen warum sind die im kampfmodus darüber Wir haben ganz viele Kuckussnacks. Deswegen ist das kein Problem. Wir haben noch 2 Snacks, ein komisches Bigglock-Kollege. Da ist noch eine Kiste Roni. Ach ne, ok, falsche Seite, dann gehen wir nochmal rüber. Da kommen wir jetzt eine Strecke hoch, naja, das war ja so aus dem Klapp. Aber ich glaube eben die Steigen schon alle erledigt, außer einen. Ja, was ist denn mit dem? Was ist denn, man muss den Wellensittig fittern? Gibt es hier noch irgendwas? So eine Scheibe oder so, also so ein Kristall, keine Ahnung. Vielleicht? Ne. Vielleicht hätte er eigentlich auch einfach durchrennen können, oder? Ja, das ist, was ich ein Knapp. Okay, hier ist Nyx. Was ist denn los? Ay, ay, ay. Ein Wok, das ist dann. Die Dopp. Was? Was ist das? Okay, sowas kann also auch kommen. Ah, nein. Das ist doch ein bisschen nettiger Typ. Oder? Was sieht denn los aus? Was ist das? 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 Habe ich mich gerade eingebildet? Was ist das? Die zweite Woppe ist das. Da ist die hier. Keine, oder? Ah, 2. Aber die kriegen wir so auf die Nerven, ne? Ah nein. Okay, ich muss einmal schnell hier. Hätte ich doch irgendwo diese, ähm... Ah, hier. Ein bisschen Energie für mich. Also doch. Die Kistalle sammeln. Geht das jetzt? Ah, okay. Mit einem Kampf gegen das anscheinend nicht. Wie viel brauchen wir denn? Und wie viele Kistalle gibt es hier? Da unten ist anscheinend irgendwas. Ah, okay. War das jetzt nur einer? Warte mal. Eine Woppe, ja? Das war die erste. Die zweite ist ja da hinten. Deswegen müsste hier eigentlich... Dann auch einer sein, oder? Da wurde ja Mehrzahl genannt, ne? Nicht ein Einzelner. Okay. Warte mal. Hier ist nichts. Hm. War das echt nur einer? Also ich kann hier nichts sehen, Leute. Ich sehe keinen einzigen mehr. vielleicht da drin noch einer ne zwar nur einer na gut ok Leute ich würde sagen das war's dann mit der Folge in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich gegen diesen ersten Bosterkämpfen Kerbis wenn's euch gefallen hat gerne Bewertungen und Kommentare lassen sonst bis zum nächsten Mal wieder ciao